Ist dir schon mal aufgefallen, dass es kein Kind unter 2-3 Jahren gibt, das ein Selbstliebeproblem hat? Ist dir schon mal aufgefallen, dass kein einziges Tier auf der Welt ein Selbstliebeproblem hat? Wenn also kein einziges Kleinkind ein Selbstliebeproblem hat, und ich gehe davon aus, du warst auch mal eines, warum gibt es denn so viele erwachsene Menschen, die sich ihren Kopf darüber zerbrechen, wie sie sich selbst mehr lieben können? Genau darauf gehen wir jetzt in dieser Folge ein, also bleib dran, wenn du die Lösung für dich wissen möchtest. Okay, Selbstliebeprobleme entstehen also ab einem gewissen Alter. Ab einem Alter, wo sozusagen dieses Selbst mehr und mehr wird. Dieses Selbst ist uns zwar sehr dienlich, um zu überleben, aber es ist uns sehr undinlich darin, wenn wir wirklich leben und glücklich sein wollen. Und jetzt entsteht ein Paradoxon. Denn je mehr du dich damit beschäftigst, dich selbst mehr zu lieben, desto mehr fütterst du dieses Selbst und du wirst noch mehr zu einem Jemand. Und zwar zu einem Jemand mit der Mission, dich selbst zu lieben. Worum geht es aber wirklich? Geht es darum, noch mehr zu einer Persönlichkeit zu werden, die sich scheinbar selbst liebt und die gewissen Dinge im Leben erreicht und eine hohe Anerkennung in der Gesellschaft bekommt? Und wie entsteht überhaupt der Glauben, wie du zu sein hast? Was ja oft die Hauptursache dieses Selbstliebeproblems ist. Es hängt eigentlich immer davon ab, was aktuell in deiner Familie oder in der Gesellschaft akzeptiert wird, als gut gesprochen wird. Warst du zum Beispiel vor ein paar hundert Jahren gegen die Versklavung von dunkelhäutigen Menschen, dann warst du nicht besonders beliebt. Und stehst du heute woauf und würdest laut kundtun, dass du gegen die Versklavung von dunkelhäutigen Menschen bist, würde dich womöglich jeder schief anschauen und sich denken, das ist so selbstverständlich, warum erwähnst du das überhaupt? Oder ein anderes Beispiel. Im deutschsprachigen Raum wollen viele Frauen schlank sein und denken, sie müssen unbedingt schlanke Beine und einen kleinen Hintern haben. Es gibt jedoch genug Länder auf der Welt, wo die Frauen genau das Gegenteil von sich glauben. Im deutschsprachigen Raum machen sich viele Frauen mit Photoshop auf Bildern schlanker und woanders vergrößern sie mit Photoshop ihren Hintern. Also was ist nun die Wahrheit? Nichts davon. Jedoch hast du in deinem Selbst gewisse Überzeugungen gespeichert, die dir suggerieren, wie du zu sein hast und wie du auszusehen hast, wie du dich zu verhalten hast und so weiter. Jetzt könntest du natürlich diese Überzeugungen ändern, damit du zufriedener und glücklicher durchs Leben gehst. Das ist schon mal besser als gar nichts, aber auch nicht die perfekte Lösung. Der effektivere Weg ist es, dieses Selbst aufzulösen. Und bitte löse dich von der Vorstellung, dass du dann nur noch irgendwo herumschwebst, den ganzen Tag meditierst, dich mit irgendwelchen Wesen verbindest und gar nicht mehr lebensfähig in einer Gesellschaft bist. Es ist sogar eher genau das Gegenteil der Fall. Und ich versuche mal, es so simpel wie möglich zu erklären, damit es greifbar für den Verstand wird. Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal im Flow warst? Also dieser Moment, wo du dich wirklich gegenwärtig fühlst, wo du dich frei fühlst, wo keine zwanghaften Gedanken dein Gehirn fluten und du einfach im Fluss bist. Menschen erleben Flow in unterschiedlichsten Momenten. Ich erlebe Flow zum Beispiel in meiner Arbeit, wenn ich lange Sport mache und wenn ich meditiere. Was man natürlich auch nicht verwechseln darf, man kann sich schnell in diesen Dingen verlieren. Deshalb gibt es ja auch Workaholics und Sportsüchtige und so weiter. Diese sind nicht frei, diese sind eher sogar noch mehr im Zwang gefangen. Würde ich es jetzt bei diesem Thema belassen, dann wäre aber der Inhalt dieser Folge etwas oberflächig, weil es dir suggeriert, hey, verlier dich in etwas, wo sich dein Selbst auflöst und alles passt schon. So ist es aber nicht. Es gibt ja auch Momente, wo du mal nichts tust. Und vielleicht gibt es davon sogar ein bisschen mehr. Eine gesunde Mischung aus Tätigkeiten, die dich in den Flow bringen, und etwas Meditation und Achtsamkeit, bringt die perfekte Balance in dein Leben. Denn wenn du nur meditierst, dann wirst du dich womöglich unerfüllt fühlen, weil dein Inneres etwas kreieren und erschaffen möchte. Das möchte etwas tun. Das ist auch wieder gegensätzlich. Viele Menschen, die nur meditieren, tun sich total schwer, in einen meditativen Zustand zu kommen, weil sie unausgeglichen sind. Also zu viel Meditation kann schädlich sein, weil man beginnt, mit Willenskraft zu meditieren. Und das klappt schon mal überhaupt nicht. Verlierst du dich aber in der Arbeit oder in Tätigkeiten, wodurch du in den Flow kommst, dann wird es schnell zum Zwang und dadurch kommt auch sehr viel schwerer in dein Leben. Also egal, wie gesund etwas ist, sobald es zur Sucht wird, dann wird es zum Zwang und es ist dir dann immer wieder undienlich. Gehen wir aber noch weit auf das Thema Meditation ein. Ich kann hier von mir selbst und von vielen Teilnehmern unserer Programme sprechen. Durch Meditation und Bewusstheitstechniken kommst du so richtig bei dir selbst an. Und dafür musst du keine Jahre lang im Kloster meditieren. Es ist schon so, dass es eine gewisse Übung braucht. Also je mehr du es übst, desto besser wirst du darin. Du bist nicht von Anfang an ein Profi. Aber das ist völlig okay. Du kannst auch schon nach einer Meditationseinheit ein ganz anderes Bewusstsein haben. Und was noch geschieht in den Meditationen, sind Spontanheilungen. Wenn man das überhaupt sagen darf. Ich sage mal eher Spontantransformationen. Und soll ich dir was sagen? Ich liebe Spontantransformationen. Warum? Weil man nicht alles zerdenken muss und man kann viel mehr entspannen. Viele Menschen zerbrechen sich den Kopf über Dinge, weil sie unbewusst süchtig danach sind, sich den Kopf über irgendetwas zu zerbrechen. Löse das eine Problem und dein zwanghafter Geist wird ein neues Problem finden, mit dem er sich beschäftigen kann. Das heißt, das eigentliche Problem ist, dass man süchtig nach Problemen ist. Und das ist ein unlösbares Paradoxon, bis man es erkennt. Falls du dich gerade selbst erwischt hast, frage dich mal, wer du denn ohne diesen zwanghaften Gedankenkarussell wärst. Genauso ist es mit dem Selbstliebeproblem. Wer wärst du denn ohne diesen Problem? Weißt du, viele machen aus ihren Problemen eine zwanghafte Rolle, aus der sie gar nicht raus wollen. Unbewusst natürlich. Viele Menschen sind sogar unbewusst gerne ein Opfer, weil sie viel Mitleid bekommen. Fühle in dich hinein, ganz ehrlich und authentisch und nimm dieses subtile und vertraute Gefühl wahr, in diesen Problemen zu sein. Das allein ist oft schon die Ursache, dass man nicht aussteigen kann. Kenne ich ja von mir selbst von früher. Mir war nie bewusst, dass ich gerne das Opfer bin, dass ich süchtig nach Mitleid bin. Aber als ich es realisiert habe, machte es Klick und ich habe mich entschieden, nie wieder ein Opfer zu sein. Obwohl oder vielleicht gerade weil ich starke Traumas hatte, habe ich mich dazu entschieden, nie wieder das Opfer zu sein. Die Heilung ist natürlich nicht von dieser Entscheidung gekommen, aber sie hat das Fundament gelegt, damit ich alles Weitere in Richtung Transformation unternehme. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Eine reine Willenskraftentscheidung legt nur das Fundament und ebnet den Weg. Du siehst plötzlich mehr Lösungen und weniger Probleme und du bist von innen heraus viel motivierter, deinen Weg weiterzugehen. Auf mich selbst bezogen kamen die meisten Transformationen ganz spontan, weil ich viel meditiert und gelernt habe, mich mit mir selber zu verbinden. Kommst du in gewisse meditative Zustände, löst dich in diesem Moment dein Ego, dein Selbst auf und du wirst zur Liebe selbst. Jetzt haben wir wieder das Paradoxon. Dein Selbst löst sich auf und du wirst zur Liebe selbst. Du fühlst nicht nur die Liebe, du wirst zu dieser Liebe. Du fühlst deinen tiefen inneren Frieden, deine Verbundenheit und deine Glückseligkeit, wie du es schon seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt hast. Hier darf man auch Glück und Glückseligkeit unterscheiden. Glück ist etwas Temporäres, Vorübergehendes. Glückseligkeit hingegen ist durchgehend vorhanden, wenn du mit deinem wahren Sein verbunden bist. Und dafür musst du nicht den ganzen Tag da sitzen und meditieren. Integriere einfach Bewusstheit und Wachheit in alles, was du den ganzen Tag machst und du wirst gefühlt den ganzen Tag über in einem meditativen Zustand sein. Und es gibt Menschen, die haben nämlich Angst davor, dass sie dann nicht mehr gesellschaftsfähig wären, wenn sie den ganzen Tag in einem solchen Zustand sind. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Du bist nämlich dann absolut im gegenwärtigen Moment und du wirst auch im Austausch mit anderen Menschen und in allem, was du tust, eine viel größere Erfüllung erleben. Du wirst das Gefühl haben, dass du geführt bist und dass alles seine Richtigkeit hat. Du magst dir automatisch weniger Sorgen und du lebst einfach. Hier auch noch wichtig, es ist ein Wechselspiel. Du wirst dich wahrscheinlich ab und zu dabei erwischen, wie du wieder mit gewissen Rollen und zwanghaften Überzeugungen identifiziert bist, was dich aus dieser Liebe rausbringt. Verurteile dich nicht dafür. Wenn das passiert, dann ist das völlig in Ordnung. Erkenne es und nimm es wertfrei an, denn dadurch verliert es nämlich die Macht über dich. Ansonsten bist du nämlich in einem Krieg mit dir selber, weil du aus dieser Liebe einen Zwang gemacht hast. Also du wolltest sie kontrolliert erzeugen, nicht mit Leichtigkeit und das wird dir natürlich immer gespiegelt. Und das gehört auch zum Leben, dass du ab und zu in eine verkopfte Rolle gehst, um dein Leben zu organisieren. Nur viele Menschen sind zu 99% ihrer Zeit in diesem Überlebensmodus, wo sie sich über alles den Kopf zerbrechen und eigentlich nie wirklich leben und lieben. Also werde zur Liebe selbst, mach aber kein Ziel daraus. Wenn du in die Stille gehst, und das ist es ja, was durch Meditation geschieht, dann passiert alles weitere von selbst. Die Grundabsicht, was du in der Meditation erleben möchtest, die kannst du natürlich haben. Aber wenn du merkst, dass eine hohe Erwartung in dir ist, dann durchfühle zuerst diese Erwartung, ohne sie als negativ zu bewerten. Durchfühle sie und sie wird sich von selbst auflösen. Auch das ist Meditation, gewisse Widerstände anzunehmen und sie zu durchfühlen, aber ohne sie zu analysieren und sie zu durchdenken, zu zerdenken. Wenn du darin geübt bist und auch frei von jeglichen Identifizierungen, Blockaden und Limitierungen bist, dann kommst du mit Fingerschnipp in diese Energien und du schaffst es, innerhalb weniger Momente in dieser tiefe Liebe einzutauchen. Und dann hast du auch nie wieder irgendein Selbstliebeproblem. Auf dem Weg dahin können sich natürlich gewisse Limitierungen und Glaubensmuster zeigen, die dich blockieren. Aus diesem Grund habe ich den Manifestationsclub gegründet, wo du unterschiedlichste Meditationstechniken, Transformationsmethoden und Rituale lernst, mit denen du bei dir selbst ankommst und vor allem deine Blockaden schneller ausfindig machst und transformierst und du eine neue Energiesignatur der absoluten Fülle manifestierst, sodass sich die Außenwelt automatisch mitverändert. Du kannst dir jetzt die ersten 30 Tage für nur einen Euro sichern. Danach liegt deine Investition bei nur 27 Euro monatlich und das jederzeit kündbar durch eine kurze E-Mail. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Hey, das war's zu dieser Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.